Lebensblüten Erinnern, Lächeln, Verschenken Ein besonderes Foto einer Eisblume. Ja, also als leidenschaftlicher Hobbyfotograf war ich im Botanischen Garten und habe dort versucht meine fotografischen Künste da irgendwie aufleben zu lassen und es war tiefer Winter, alles war gefroren und ich habe da ein Foto gemacht von einer Blume, die so wirklich eingefroren in ihrer Pracht da gestanden ist. Das war für mich ein sehr beeindruckender Moment und ich habe dieses Foto dann später Freunden zur Einweihung einer Wohnung geschenkt. Ich habe das vergrößern lassen, auf wirklich groß, so einmal einen halben Meter ungefähr wird das gewesen sein und das hängt hoffentlich jetzt immer noch dort und sie freuen sich, sie haben sich zumindest irrsinnig gefreut, wie ich es ihnen ergeben habe. Und das war für mich einfach ein tolles Erlebnis, weil es Hobby ist und man mit diesem Bild Freude bereiten kann. Lebensblüten Erinnern Lächeln Verschenken 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 Untertitelung des ZDF, 2020